Hallihallo Löchen und hier sind The Wizard und der Ossi. So, wir machen jetzt ein Let's Play für Herr der Ringe, die Eroberung und hier kommt das Video. Viel Spaß! Im dritten Zeitalter kam ein neuer Krieg über Mittelerde, als Saurons Wille aufs Neue nach seinem Ring forschte. Viele erlagen den Verlockungen des dunklen Herrschers, so auch Saruman, ein vormals mächtiger und weiser Zauberer. Als der Krieg schließlich Rohan erreichte, suchte König Theoden in der Feste von Helms-Klamm Zuflucht. Und nun steht eine mächtige Armee mit Leitern und Kriegsmaschinen vor ihren altehrwürdigen Mauern. Die Verteidiger müssen den Klammwall und das Tor zur Festung halten, um diesen Tag zu überleben. Doch Sarumans Teufeleien sind grenzenlos. Grenzenlos. Supi. Also, fangen wir mal an. Die Belangerung von Helms-Klamm. Die erste Mission. Also, fangen wir mal an. Ich bin Krieger. Seid ihr bereit für die Schlacht? Geh mal rein. So. Helms-Klamm darf nicht fallen! Verteidig den Klammwall! So. Verteidig den Klammwall. So, ich höre gerade, die Stimme ist etwas laut. So, ich bin nie mal etwas zu besetzt. Sie kommen die Leitern herauf! Eroberung. Erobere alle Territorien. Okay, speichern. Die Bahn. Zurück. Warte viel. Sollts ganz aufrufen. So, endlich sind wir alle da. Nach, oh, einigem Startschubbetreide. Wir leisten nur mal so als Joe. Wir haben es ja auch schon, glaube ich, gesagt. Aber, ja, das hat wir hier versucht. Wir brauchen es, wenn wir das letzte Mal hier geschafft haben. Lassen Sie nicht auf die Mauer! Auf die Mauer! Bringt Sie zu Fall! Und dann haben wir es gelöst, diese Überhitzung. Hala, mit einem Ventilator. Richtig. Den wir jetzt glücklich hören, weil das mich viel zu weit bringen ist. Aber ich habe jetzt einfach mal eiskalt. So schlau, wie ich bin, ein Ventilator neben ein Lechner gestellten. Und wir das ja nicht überhitzen. Also, wenn ihr mal das selbe Problem habt, hier an euch sich selbst verzweifeln, macht ein Ventilator. Das wollte ich nicht, dass ihr jetzt denkt. Das war übrigens mein Leben. Ja, genau, klar. Und wir sind ja, der Hand ist alles wieder gebraucht. Durchhalten! Nur weil ich... Na, du vergisst es. Ich sag jetzt nichts. Was drehtst du mich? Du hast gerade getreten. Ach du gar nicht. Du hast ja probiert. Ja, ich habe gemerkt, ich kann mich doch gar nicht verletzen. Also, ja, damit jetzt alle wissen, wir sind keine Loops. Wir haben es auf Heldenhaft, ja? Wir haben zwar laufend auf Leicht gespielt, aber haben wir uns ja nicht. So schlecht ist man nun auch. Wir sind jetzt richtig hier gespielt. Wir haben sie aufgehalten! Vorläufig! Bringt die Fackelträger zu Fall um jeden Preis! Ja, diese Stimme ist immer noch so laut. Sie bringen explodierendes Feuer auf die Mauer! Bringt die Fackelträger zu Fall, bevor es zu spät ist! Bist du vorhin auch runtergespielt? Achso! Lass sie nicht bis an die Mauer! Das ändert natürlich alles. Hier sieht man jetzt die tollen Keilreihe. Leute, die sich nicht bewegen. Lässt das... Oh, ich bin gestorben. Ich habe den Schlachtfilm verlassen. Uuui! Oh Gott. The Wizard, minus 10 Punkte. Scheiße. Jetzt haben wir leicht ein... Einfuß. Killst du den Fackelträger links? Wunde, wurde, wurde. Nix an! Ja, links, da wo die gelben Pfeile sind. Ich habe einen Punkt hinter dir, den sie hier. Oh, vielen Dank! Die Fackelträger bringt sie zu Fall! Ich jetzt die rechte Seite und ich lege die Mauer, ein bisschen ja flexibel, ne? Bäh! Axt fort ins Gesicht. Jawoll, getroffen. Du wirst mit Exe? Ja, natürlich. Sie kommen mit Feuern. Sie kommen mit Exe. Ja, 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 ja. Also, wenn man schon mal Headerringe geguckt hat, wir gucken, wir spielen zu viel Headerringe und wir spielen zu viel Headerringe und wir spielen zu viel Headerringe. Wir sind einfach nur im Hübssalon zu probieren. Da ist ein Fackelträger. Hast du ihn getötet? Ja. Boah! Der war gerade an der Mauer dran, ey. Alter, der sah so nah aus. Nein, der war nicht an der Mauer. Also, nicht rechts und links, ja? Oh, der ist groggy, Alter. So, das war ein Korn. Los, stirb halt. Ah. So, wir können wieder die Leitern hochnehmen. Zurück zur Festung, bevor sie wiederkommen. Zurück zur Festung! Zurück zur Festung, zurück. Mach mal, mach mal. Wie läuft denn die Leiter hoch? Ja, irgendwie sieht das ziemlich komisch aus. Das sieht falsch wuchtlich aus. Belagerungsattacke! Nein! Ihre Katapulte sind zu stark! Die Urwuchs brechen durch die Mauer! Rückzug! Also, ich will dir jetzt nichts sagen, aber im Herr der Ringelschlag der Mittelerde brauchen wir mit Katapulten Ewigkeiten, bis man die Mauer aufs ganze Stoffen hat. Ja, und die schießen einmal drauf und weckst... Haha, du bist gestorben! Ey, das waren Katapulte, dafür kann ich jetzt nichts. Oh Gott, ich bin erst einmal dabei für mich, ja. Das Haupttor darf nicht fallen! Aha. Das ist der Erfrecht. Das ist gefallen. Also, du stehst oben und schreibst, und ich stehe oben und mach den jetzt. Geh ja nicht mehr auf. Ich kriege wahrscheinlich wieder 30 Treffer oder so hier. Nein, nein, nein. Aha, das ist lollig. Ja, wie sieht's aus, wie ich hier so alles bashe? Alter! Boah! Hast du den gesehen? Das war ein Feuerpfeil! Das war mein Pfeil! Aha! Ich hab doch nichts gefallen! Ja, ey! Boah, das war 13 Treffer! Ach, das ist die... 25 Treffer! Alter! So, ich liebe diese Stelle hier! Okay, jetzt haben die gerade gesehen, die haben Psycho-Treffer gemacht. Ja, das sieht's eigentlich auch so von da oben. Ziemlich leer. Naja, leer ist es noch lange nicht, dann kann ich lange schlagen, bis es leer wird. Naja, nur noch ne halbe Minute. Alter! Was? Wie denn? Vier Treffer mit einem Fall! Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gemacht. Das ist eigentlich nicht so komisch. Du siehst schon die ganze Zeit genervt. Jawoll... Der lief! Äh... Das find ich anders. Ich hab's lustig. Ich hab's drauf nicht, jiler. Oh botzt mir nadzieję, nicht drauf... Obwohl so kurz... Einmal ist mal net Ja, das Haftor Das halte ich auch jedes Mal, wenn ich dieses Leben schiebe. Immer. Ja, immer. Wer weg. Schnell als du. Urhugs-Solter, ja. Bist du schon so? Ja, ja, ich gelo. Keine Ahnung. Schlecht ist. Ähm, keine Frage. Ja, kommt die Urhugs eigentlich hier hoch? Keine Ahnung. Wenn ich gerade erst mal das Tor gar gut gemacht habe. Keine Ahnung. Das muss man nicht verstehen. Nein. Nein. Das sind Krieger. Nein. Das sind nur Krieger. Wir hassen Krieger, die sind viel zu egal. Die halten so viel aus. Die wollen einfach nicht drauf gehen. Das sind drei Krieger, die hier gerade auf den Traum rufen. Ah, ich glaube, das sind alles. Oh, shit. Jump weg. Poppiss ein. Scheiße, daneben. Wuhu. Wuhu. Ich hab ein. Ich hab ein. Sie sitzen im Thronsaal in der Falle. Lass dich keinen entkommen. Das ist gut laufen, Mann. Wuhu. Alle umgehauen. Wow, ich bin aber auch gleich tot. Ja, wuhu. Alle umgehauen, auch nicht so gut. Petscher, voll ins Krieg. Nein. Oh Mann. Er schlägt mich dann. Noch drei. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Erro Warrior Swords. The Wizard, oder was? Nach kurzen Prozess. Entreiß den Thron seit Ihrem Clown. Ich komme. So. Ey, so war das. Ein-Ebisch. So, ich renne jetzt voll. Oh, jetzt hängt der nächste auf mich. Nein. Hier, Hobbies. Nein, 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 super, Alter, ich hab getötet. Das war meiner. War er nicht. Oh, weil du nix kannst. Verdammt, den kannst du killen, killen, killen. Yeah. Zum Fall, Männer. Nehmt ihn und nehmt ihn schnell. Bist du auch, Herr Wörm? Ja. Jawohl. Vorwärts, Männer von Ruhe. Männer von Ruhe. Ich weiß gar nicht, wie das abgeht um den Plan. Halt ich am besten gar nicht so weit davon auf. Wir müssen uns nämlich hier runter. Auf den Klammwald. Wir müssen sie hinaustreifen. Krieger. Ah, 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 ah. Oh. Press special. Komm, ich hab mal ein bisschen. Durchgeritten. Boom. Fast. Ich glaub, wir machen lieber nicht so hart. Hier kannst du ja gerne nehmen. Ach, die Klappe. Du bist ja ragorn. Du bist die führbar. Hab ich dir schon gesagt, dass ich mit Schwerder nicht so rumgehen kann? Ja. Wer ist im Arnie? Oh. Wo sieht man's gar nicht? Oh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich frag mich, ob ich noch nicht hatte, was mir ist. Huh. So, ein physischer Gute-Axt. Uh, fuck, dann. Oh, es geht sterben. Ja, töte sie beide. Das ist nur einer gewesen. Nee. Das sind mehr als einer. Uh, ganz gesichert. Also, ich glaube, wir haben das gleiche Oberkirchen. Naja, ist aber nett. Boah. Oh, der legst jedenfalls. Gleichzeitig eine Axt ins Zichter. Sollte schon hier auf der Fläche sein, damit wir so gut sind. Ich bin doch auf der Fläche. Ja, du bist halt weg, Mann. Ich gar nicht. Bist du. Jetzt komm doch mal wieder auf die Fläche. Ja, sag der, der nicht auf der Fläche steht. Ich glaub's habert. So, und da vorne den, den schreit. Naja, wenn du Aragorn bist, dann nimm ich mal den Unkirchen, würde ich mal sagen. Okay. Nehmt den Klammall. Tod oder Sieg. Tod oder Sieg. Nein, das müssen wir noch auf den anderen Kapp nehmen. Ah. Wasser darfst du da. Bäh. Der hat sich natürlich nicht die Beine gebrochen. Nein. Ach, Kopf. So, hier sind so gefühlte... ...unterführende Tribulieren. Und alle Kammeln sind nur drinnen. Aufsichtlichen Kaffee, SDR. Okay. Jetzt muss ich Arbeit machen. Ich bin groß. Gleich. Also jetzt bin ich tot. Was kannst du denn? Ich bin nie gestorben mit Aragorn. Ach, das ist ja. Aragorn wird um die See. Das ist mies. Das ist mies. Das ist traurig. Ich geh jetzt auch wieder wohl nicht. Okay. Na, Kampfdeck. Macht was Kling. Oh. Oh. Sowas habe ich dir die Quittung erhalten. Oh. Quittung. Wie. Ah. Wird schon klappen. Haha. Ja, du Snubles. So mit den 너무健 level wo es einfach reinsteht dran ist. Genau. Jetzt bin jetzt da. Jetzt können wir... ...Naja... ist jetzt rübergekommen ja ja ganz neu finden das war ja hörte die epische Musik von Rohr ja voll episch na gut jetzt ist er aus ah da gleich geht's mal ich bin ja Schrecktrigger ich mach von Tod und Untergang Nol also im Film sind es immer mehr für 6 sind die Chippe ich glaub es werden noch mehr das sind ja auch welche ok ich hab kein Mann ich guck die anderen Seite ok ja ich mach links und rechts wir werden uns zwei eh gleich ich seh's jetzt schon ja ich auch schon ich seh's komm hey das ist lustig ganz einfach die Menge zurück ja natürlich so funktioniert das bei hier oben haltet diese Position Männer das ist bitter ja helfe mal bitte ja ja ich komm 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 auch gleich so das war's dann ja ich geh dann mal ne das macht ihr ja schon ja bis gleich scheiße da stand noch einer tot wir haben noch 30 Stunden das hat schon wunderbar aus aber ja ja bewacht hier alle zurück ich bin ja nach der Art wir sollten so ein Deal machen entweder nur Orksoldaten oder ein 1 4 das wär nicht weh das wär doch mal fair Also ich wäre lieber für die Orks-Roll-Arten, weil die eigentlich einfach... Ja, weil mich du die einfach killst! Ja, aber die Frau... Einfach tot! So, also Jungs, ich glaub das war's, ne? Damit verabschieden wir uns jetzt offiziell in unserem ersten Video, weil jetzt kommt kein Film, den wir euch natürlich nicht verpassen lassen. Also wir sehen uns in Video 2! Natürlich Kommentare und Dings werden immer gern gesehen. Wir sagen tschüss und bis dann! Ja, ciao! Dank des Opfers vieler mutiger Kriege hat König Theoden das Volk von Rohan zum Sieg geführt. Aber noch ist die Gefahr nicht gebannt. Denn Saurons Macht über die Schmieden Isengards und Morias ist umgebrochen. Und doch wurde die Saat des Widerstandes gesät. Denn während Gondor mutig ausharrt, ist eine uralte Macht aus ihrem Schlummer erwacht. Und in diesem großen Krieg soll der Weiße Zauberer unser Führer sein. Denn es ist seine Bestimmung, mit Sauron um das Schicksal ganz Mittelerdes zu regeln. Jetzt ist ein Schmiedsabergang. Und wir setzen uns an, Schmiedsabergang, Und dann är das, also da auch der Widerstand, auf der Widerstand des Zauberer. Vielen Dank.